Der Abgrund kommt immer näher. Oh nein, du wirst fallen. Ich rette dich. Oder auch nicht. Tschüss. Na, wie geht's denn so? Und willkommen zu den heutigen timolianischen Spielen. Wir werden auf Sieg spielen. Wie immer. Wie weit wir kommen, wie viel wir killen, das entscheidet das Schicksal. Und es geht los. So. Boah, wie eklig hier zu landen. Aber direkt neben einem netten, hoffentlich guten Wesen. Bei Eisen. Oh, shit, da ist jemand. Shit, da ist jemand und ich hab kein Holz zum Schwertmachen. Komm, gib mir nochmal Holz. Gold. Nein, auch nicht. Oh, das ist so. Ich hab mich nicht angreift. Jetzt machen wir uns gleich ein Iron Schwert. Zack, zack. Oh, was mach ich nicht so lang rum. Und. Und. Gold. Ruhe. So. So. Nun gehen gleich auf die Jagd. Ich hab nichts zu essen. Das ist, ähm, was ich gar nicht leiden kann. Überhaupt nicht. Essen muss sein. Deswegen muss ich nochmal warten, bis ich Essen hab. Weil sonst wird ein Kampf echt ekelhaft. Gold. Aber trotzdem noch nicht das. Ware. Ex-Gold. Gold. Gold. Und. Gold. Ich würde sagen, wir sind gut ausgerichtet. Äpfel. Hämmer zu. Essen. Würde ich als Essen benutzen. Wenn's sein muss. Ich würde lieber, ähm, Goldäpfel machen. Ey. Kann's alles haben. Oh shit. Ich nehme hoch. Ach Mist. Eisen hab ich drei. Aber noch mehr Essen. Okay. Jetzt hab ich alles was ich brauch. Schnell zum nächsten Portal. Und. Killen, killen, killen. Gut angefangen. Wenn einer mit dir Schwerd kommt. Ist natürlich ähm. Tragisch. Nein. Haben wir neun. Oder. Ne. Machen wir unsere Eisen. Rose. Rose hab ich noch nicht. Was muss der jetzt sagen. Das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Ja. Jetzt bin ich aber mega ausgerichtet. Das kann. Die anderen Hände noch Essen für mich. Hallo. Hallo. Da hin. Da hin. Dumpf. Nice. Die Perle. Bei mir ist jetzt niemand, ne? Die Perle tue ich mal da hin. Essen. Essen. Papier brauch ich eigentlich gar nicht. Aber. Jetzt sind wir dann direkt zu mir portet. Glücklich. Hashtag. Glücklich. So. Zum nächsten. Was ist denn? Keinen Bogen. Nice. Wieder essen. Was ich hab. Eisenhose. Ich glaub ich hab nichts angeschlossen. Irgendwie ganz dumm. Ich würde gern mein Sachkotz loswerden. Bevor ich weiter geh. Wie ihr wisst. Volle Taschen hat. Bei mir. Oh Oh another there brauche ich nicht mehr ganze vergiftung brauche ich nicht mehr nein brauche ich auch nicht mehr das brauche ich nicht das brauche ich nicht oh ah ich habe einen vollgabbel machen aber so ist auch okay kommt der wo kommt der Oh, zieh, zieh, Junge Das ist so schade Ach, Mann, ey Hätte ich ihn weiter angegriffen, nicht mit dem Bogen Ach, das ist immer so ärgerlich Weil im Nachhinein hast du die besseren Entscheidungen Es ist, ach Mann, wieder kein Sieg Kann einfach nicht wahr sein Ich häng da jetzt noch eine Runde dran, echt, Leute Bis gleich So, Leute Wir haben es mit vielen Leuten zu tun Palut Dann habe ich GLP gesehen Dann habe ich MC Expert gesehen Aber wir haben alle keine Chance gegen mich Denn Minecraft God meint es diesmal gut mit mir Das heißt Wir werden diese Runde gewinnen Nein, wir werden nicht gewinnen Dann war es das halt wieder mal diese Woche von timolianischen Spielen Irgendwann gewinne ich Und dann Dann feiere ich Ja Toll Danke Ja, danke Nur Scheiße bekommen Ja, toll Sorry, aber Ne Stehe ich gerade ein Steinschwert Toll Okay Jetzt aber Zwei Dias Sieben Eisen Okay Bis jetzt meint es der Minecraft Gott noch nicht so gut mit uns Aber wir haben Essen Essen kann man viel ankommen Oh Da ist einer Muss mich beeilen Okay Steinschwertung Eins legen Hab ich's? Und Eckischen Eckischen, Eckischen Anschleichen Attackieren Tod Erster Tod Ein bisschen Essen Wir werden jetzt wie ein Wie ein Assassinen reagieren Der hatte jetzt nichts Gutes Ich frag mich was er überhaupt in dieser Runde wollte Aber Wir werden uns Weiter Bemühen Ja was Die Beine zu stellen Das ist ein Eisenschwert für mich Oh ich hatte ja genug Ich mach mir nette Schuhe Und Essen sein Und Enderperde Dann Ja So Fühl mich zum nächsten Gegner Mein Freund Assassine In Angriffmodus Wo ist er Wo ist er? Er da? Öh Leise Durch die Wälder Hm? Er ist nicht mehr da? Verdammt Okay Er ist nicht mehr da Dann holen wir uns den nächsten Einen Schwert Neuß Ler rein Let's abchecken was der hatte Okay oh mein gott wie viele gegner habe ich ganz ruhig bleiben also wenigstens bogen heißen schuhe oh mein gott das stresse ich hier gerade kann ich machen nein es reicht es nein da war ich sie vergessen vergessen ich schmeiße das ganze zeug hier weg ach man leute ich bin überfordert hier holzschwert hier ok raus ich muss weiter jagen ich bin ein assassine ihr dürft das nicht vergessen dass ich ein assassine bin deswegen drei leute leben mit mir vier ich als assassine und drei leute leben einer hat gekämpft vielleicht direkt hin einmal essen führe mich nicht ich sehe niemand ich sehe jemand ich sehe jemand der Assassine hat versagt. Tut mir leid, Leute. Okay. Wenn euch diese Folge gefallen hat. Ja, toll. Das ist doch jetzt ein Witz. Los, Pipo. Oh mein Gott. Tschüssi. Ja, Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und klickt auf Abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ich kann schon mal sagen, morgen kommt ein Video von einem alten Projekt. Eine Welt, wo ich euch zeigen will. Und was fragen. Aber das kommt morgen. Ich nehme es jetzt sofort auf. Und renne es gleich, dass auch morgen kommt. Und tschüss.